Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu My Little Pony. Das Geheimnis von Sephar Heights. Wir haben das erste Geheimnis auf jeden Fall gelüftet, was diese Statuen da machen, denn die verbeugen sich. Und ja, ihr seht, wir dürfen nicht rein. Der Eingang ist versperrt. Wir müssen jetzt irgendwie einen alternativen Weg ins Schloss finden. Aber bevor wir das tun, ihr kennt es schon, schauen wir uns natürlich hier erstmal nochmal um. Oh, hier, guck mal. Hier gibt es die Klamotten und den Möbelladen. Wir schauen mal eben, ob es neue Dinge gibt. Es gibt auf jeden Fall neue Brillen. Okay, nicht so viele tatsächlich. Also man kann da zwar scrollen, aber man scrollt nirgendswohin. Und da gibt es so ein bisschen Halsgedöns, aber so viel ist es jetzt nicht. Wir können es ja trotzdem mal kaufen. Ich will es nur kaufen. Einfach nur erwerben. Für die Sammlung, damit man es hat. Und dann Halsmäßig. Okay, läuft. Und gleich ist im Möbelladen. Einfach nur damit was haben. Warum denn nicht? Was haben wir denn hier so? Wir haben Wand. Farben. Farben sind richtig unwichtig. Oh, uns geht die Sternis aus. Uiuiuiui. Das war es schon wieder. Wir sind schon wieder blank. Ich muss schon wieder sammeln gehen. Naja, das nützt nichts. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Oh, hier ist jemand wütend. Da sind einige wütend. Da gehen wir doch lieber erstmal weiter und versuchen einen alternativen Eingang zu finden. Hitsch, wir brauchen deinen Dickkopf. Nur dein Dickkopf kann uns hier helfen. Oh, da kriegen die gleich Angst. Was ist hier denn los? So, was hier machen wir hier wieder? Ach nee, wir brauchen erstmal Zip. Hitsch, immer noch deinen Dickkopf. Doink, doink, doink. Oh nein, noch nicht runterfallen. Wir waren noch nicht fertig. Bitte hier einmal nochmal lang. Und hier einmal lang. Oh, dann passt die Serre. Und wir wetten, dass ich mich jetzt irgendwie... Wahrscheinlich war das nicht clever, das alles... Oh, da gibt es Sekt. Da gibt es Sekt. Es war bestimmt nicht clever, all diese Sternis gerade auszugeben. Weil es kommt bestimmt gleich irgendwas, wo man ganz viele davon braucht. Und dann habe ich keine. Dann kann ich erstmal schön sammeln gehen. Aber wir holen jetzt erstmal einen Sekt. Erstmal genießen wir die Aussicht hier. Oh, guck dir das an. Was für eine hübsche Figur. Und dann ist da ein Quest. Aber bevor wir den annehmen, erstmal einen Sekt holen, oder? Guck dir das an. Kann ich auch ein Sektchen haben? Nee? Ja gut, ich bin ja noch im Dienst sozusagen, ne? Ist nichts mit Sekt. Hallo. Guten Tag. Ich schaue mich hier nur ein bisschen um. Warum nicht? Arbeiter sind. Ja, wir sind Arbeiter. Mit sehr wichtigen... Palastarbeiten. Man kennt sie. Ja? Ich arbeite immer sehr viel wichtig im Palast. Arbeiter, ja? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr könnt hier anfangen. Kein Pony geht irgendwo hin, bis dieses Chaos beseitigt ist. Oh, das ist schlecht. Okay. Was brauchst du? Ich finde meinen Helm nicht. Könnt ihr ihn für mich finden? Schon wieder Helme? Schon dabei. Auf geht's. Dann suchen wir mal seinen Helm. Ah, der ist ganz da oben. Ah, er ist ein Ritter. Das ist ein anderer Helm, immerhin. Okay, okay, okay. Ja, wir kriegen das hin. Wir holen deinen Helm. Das ist kein Thema. Hier lang, hier lang, hier lang. Okay, hier oben geht's nicht lang. Bruder, wo hast du denn deinen Helm? Wo hast du den hingetan? Hast du den irgendwie verklötert? Verloren? Irgendwo da hinten wahrscheinlich, wa? Gehen wir mal da lang. Ah, hier müssen wir ein Foto machen. Zeit für ein Selfie. Itchy, Dickkopfzeit. So, okay. Hier ist einiges los. Zum einen eine Anomalie. Die beseitigen wir erstmal. Wunderbar. Ah, und damit gibt's nur den Aufgang. Alles klar. Oh, hier ist eine Figur kaputt gegangen. Da muss auf jeden Fall Izzy dran. Oder auch nicht. Ich dachte, Izzy repariert die. Aber ne, die wird hier einfach wieder, glaube ich, gerade zusammen. Ach, guckt ihr das an. Monocle und Sächtchen am Start. Ne, ja, gönnt euch. Da wird man ja ganz neidisch. Bestimmt ist das hier so ein Wildberry-Delay. Das würde mich jetzt auch abholen, ey. So, Helm ist gesammelt. Wir können zurückgleiten. Und überbringen mal sein Helmchen. Dann ist er hoffentlich wieder glücklich. Und wir können weiter. Moin, ich hab deinen Helm. Guck mal hier. Ein Helm. Puh. Ist nicht nur einer, ist auch deiner hoffentlich. Sonst ist es ein bisschen eklig, ne? Huf sei Dank. Alles sieht perfekt aus. Ja, das muss man schauen. Du bist schon jetzt ganz schön handsome, Junge. Wir können uns gerne auch... Diese Statue muss repariert werden. Oh, du bist aber auch knuffig. Schon dabei. Kümmern wir uns drum. Also ich hätte ihn jetzt auf den Wildberry-Delay, hätte ich ihn eingeladen. Es ist mal wieder so weit. Also wird sie doch repariert. Ich wusste, dass Izzy dran ist. Okay, let's go. Es ist Zeit für Izzy. Wenn jemand so eine Statue mit ein bisschen Glitter wieder fixen kann, dann definitiv sie. So, ich hab leider nicht aufgepasst, wo das erste Ding war. Aber das werden wir schon finden. Ich glaub, das war direkt bei der Statue. Ja, wunderbar. Glück gehabt. So, Izzy, dann einmal ran. Hol den Glitter raus. Und wir basteln das mal eben munter zusammen. Sieht sogar besser aus als die anderen. Nicht so langweilig, ne? Hat ihren eigenen Style. So, Statue sieht wieder hübscher aus. Prüfen wir jetzt weiter. Ja. Wolltest du auch mit auf den Wildberry-Delay kommen? Also ich nehme euch gerne beide mal mit. Ihr seid süß. Okay, nee. Wollen nicht. Also das war dann wohl wahrscheinlich doch zu direkt. Dann machen wir erstmal ein Selfie wieder. Hi. Hier hinten kommen wir ja nur mit Fliegen weiter. So weit sind wir noch nicht. Aber wir nähern uns. Das kann nicht mehr allzu lange dauern. Okay, hier wird weiter... Hier wird die Statue abgestaubt. Das ist auch mal nicht schlecht. Izzy räumt uns hier einmal den Weg frei. Und dann brauchen wir wieder Hits Dickkopf. Der nimmt einmal hier Anlauf und dann... Los! Raudis! Raudis! Äh, Entschuldigung, mein Herr? Kannst du uns helfen? Kommt sofort zurück! Nein, nein, nein! Seht ihr nicht, was ihr getan habt? Entschuldigung? Das sind diese Ratten. Sie sind noch boshafter als sonst. Und die Pflanzen sind verrückt geworden. Es ist, als hätten sie ihren eigenen Kopf. Es ist nutzlos. Ohne meine Schere schaffe ich es nie, diesen ganzen Efeu zu beschneiden. Auf diese Weise wird er bald den gesamten Palast verschlängen. Mach dir keine Sorgen, Herr Gärtner Pony. Wir können helfen. Herr Gärtner Pony. Und wie? Wir holen dir deine Schere zurück. Dann kannst du einen Weg zum Palast freimachen. Das stimmt. Ich kann diese Diebe bis zu ihrem Versteck verfolgen. Und wenn sie es am wenigsten erwarten, bumm! Wir werden mit der ganzen Härte des Gesetzes gegen sie vorgehen. Hm. Das hört sich nach einem guten Plan an. Tretet zurück, liebe Ponys. Das ist ein Tatort. Das wollte ich schon immer mal sagen. Okay, denk nach, Hitsch, denk nach. Wohin würde ein Rattendieb gehen, nachdem er eine Schere gestohlen hat? Ich wette, sie versteckt sich in seinem Bau. Ja, würde ich auch machen, ne? Das ergibt Sinn. Ja, ist sie auch schon. Dann wollen wir mal den Tatort untersuchen. Aber nebenbei natürlich Sternis einsammeln, ihr wisst Bescheid. Das ist ein Tatort. Herr Gärtner Pony. Und es sah eindeutig aus, als wären das die My Little Pony Brombeeren. Und lasst euch gesagt sein. Der übertreibt nicht damit, wenn er sagt, in wenigen Tagen ist das ganze Schloss damit eingegüdelt. Können wir nochmal wieder darüber sprechen, wie hübsch diese Flügel aussehen. Mega schön. Wir zwei Süßen da. So, jetzt sagen wir mal los, du. Jetzt sagen wir mal los. Wir haben hier noch ein bisschen was vor uns. Zack. Und loot. Kommen wir da rüber? Ne, noch nicht. Noch nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite ran. Das wird nachher einen Shortcut dann geben. Dann kann man von der anderen Seite wieder zurück. So, bevor... Da ist die Ratte. Lass sie nicht entkommen. Pip, entspann dich. Die ist ganz lieb. Ich will erstmal looten. Und wenn wir gelootet haben, dann kümmern wir uns um die Ratte, okay? Rizzy hat sich hier einmal drum gekümmert. Hihihihi. So. Hat er ein Schnurrbart? Er hat ein Schnurrbart. Oh Gott. Und ein Monockel. Aber auch ein Schnurrbart. So, jetzt darf Mr. Hitch. Detective Hitch ist am Start. So, nun geht's los. Äh, B. Hm. Da ist sie jetzt. Okay, wir brauchen eigentlich seinen Detective Sinn gar nicht. Das ist doch einfacher als gedacht. Einfach hinterherrennen. Das ist ein sehr schwieriger Tatort. Oh, jetzt geht's nach oben. Alles klar. Dort! Sie ist auf der anderen Seite! Kommt schon! Sie kommt aus dem Boden statt aus dem Loch. Naja, egal. Das ist eine ganz besondere magische Ratte. Sie braucht keine Löcher. Sie kann auch einfach durch den Boden kommen. Das ist gar kein Thema. Das ist immer wieder Selfie-Zeit hier. Okay, und dann haben wir hier noch eine Anomalie für Sunny. Komm, da wachsen sogar noch normale Blümchen. Was schön. Und los. Ah, so können wir abkürzen nach oben. Und da sehen wir nämlich die Brombeeren. Seht ihr die? Das sind eindeutig Brombeeren. Ich erkenne das sofort. Und hier ist noch ein Pony in Not. Das geht so natürlich nicht. Moin. Also so einen lilanen Schnurrbart hat was, ne? Hat schon ein bisschen Style. Passt auf, wohin ihr tretet, junge Ponys. Wenn ich irgendeinen Chaos in diesem Garten sehe, weiß und weg. Okay, er will einen wütenden, ein wütlichkeitsding haben. Äh, ich muss hier überlegen, welchen Knopf ich drücken muss. Oh, den hier? Nein. Den hier, den hier, den hier. Er will das wütende Pony. Ich glaube, ich habe noch keine wütenden Ponys. Ich weiß noch gar nicht mehr, wie man neue freischalten konnte. Irgendwie ging das. Also wütendes Pony haben wir leider noch nicht. Das müssen wir erst noch lernen. Sonst hier noch irgendwas? Nope. Nö, dann geht es nach oben, ne? Dann hoch hinaus. Whee! So, Mr. Ratte, ich habe dich genau gesehen. Wo geht es jetzt lang? Okay, okay. Und verschwunden ist sie. Aber es ist kein Thema. Einmal hier mit Izzy. Hihihihi. Hier dürfen wir aktuell noch nicht durch. Dieses eindeutig sehr große Verbotsschild sagt er ganz klar. Nein. Noch nicht. Hier ist wieder die Ratte. Sie ist in diese Richtung weitergelaufen. Wir schauen mal. Ah, da. Ah, da. Jetzt habe ich euch, ihr kleinen Schlinge. Etwas gefunden, Hitch? Das, meine Freunde, ist die Diebeshöhle. Das kriminelle Hauptquartier. Rattenparadies. Böses Versteck der Extraklasse. Ich wette, deine Schere ist hier versteckt. Hm. Ich denke, du könntest recht haben. Einfach reingrabbeln da. Da ist sie. Ah, glänzend. Sieht nicht aus wie eine Schere. Du hast erwischt. Bitte, keine Fotos. Jawohl. Ich habe die Sch... Hm. Schmeiß doch einfach weg. Ja, also. Eine Schere. Ja. Und gepostet auf Clip-Trot. Hervorragende Arbeit, junge Ponys. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich diese Ratten den ganzen Tag gejagt. Gut. Zeit, euch zu zeigen, was ein Gärtner im königlichen Palast so alles kann. Ja, dann mal los. Boah. Meisterhaft. Und so schnell. Wir arbeiten nur mit den Besten zusammen. Möchtest du vielleicht auch in meinen Garten kommen? Bitte. Sehr gerne. Ich könnte auch so ein Gärtnerpony gebrauchen. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank. So, aber bevor wir da reinkommen, können wir jetzt auch hier reinkommen. Guten Tag, hallo. Bevor wir da reingehen, erst noch mal kurz umschauen. Weil wir waren hier noch nicht gründlich. Da geht noch was. Einmal hier. Fan-Management. Betreiben Sie bitte Fan-Management. Dann ist Dickkopfzeit. Oh, du bist aber auch knuffig. Hallöchen, hallöchen, hallöchen. Dann. Ein sehr hübscher Brunnen. Hier können wir Fotos machen. Geht das schon? Noch nicht aktiv. Deswegen wahrscheinlich geht es noch nicht. Aber vielleicht, wenn wir ihn angesprochen haben. Wenn ihr zum Palast unterwegs seid, grüßt die Wachen am Ostrow von mir. Es ist ein alter Freund und er wurde auch gerade... Okay, keine Angst, Bürger. Wir werden ihn finden und ihn beglückwünschen. Und okay. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun? Also wir sollen irgendeine Wache beglückwünschen. Das ist kein Thema. Das kriegen wir hin. Hier noch irgendwas. Kriegst du mal was mit Wolken? Da unten ist auch noch lauter Zeug. Guck mal. Leiten. Hier ist auch noch Reward los. Wo sind wir hier? Ach, das ist... Ach ja, wir können jetzt ja hier durch. Ab jetzt ist ja der Weg frei. Und einmal die Aussicht genießen. Was ist das schön, wahr? Wer von euch würde denn nach Sephir Heights ziehen wollen? Freigeschaltet. Keramikboden. Guck mal, hier liegt der Boden auch einfach so rum. Auf dem Boden. Also Urlaub würde ich hier schon mal machen, ne? Oder will ich auch ein Pony sein, bitte? Für die Zeit. Sonst ist das ja nicht true. Okay, das war hier alles. Dann können wir wieder nach oben. Tschu. Eben nochmal hier kurz geguckt. Da sind noch ein paar Sternis. Da hast du eine kleine Hasenfamilie, die sich sofort einscheißt, wenn wir kommen. Dabei tun wir denen doch gar nichts. Moin. Oh. Hier geht das noch nicht weiter, aber dauert nicht mehr lang. Ich fühle das. Ich habe das im Gefühl, meine Lieben. Rein dürfen wir noch nicht, aber wir können schon mal weitergehen. Dann ist hier bestimmt auch irgendwo die Wache. Du bist der Gärtner. Oh, Moment. Hitch. Hitchy Boy. Wer von euch ist hier die Wache? Keiner. Rufe an die Arbeit. Oh, jetzt muss ich die ganze Zeit wieder zurücklatschen. Das hätte ich mir mal vorher angesprochen. Na gut, schaffen wir aber. Ist ja kein Thema. Wir sind ja geschwind und geschickt. So, Izzy. Let's go. Einmal hier. Dann. Irgendwo hier. Da. Und den letzten habe ich schon wieder vergessen. Da. Das war doch gar nicht so schwer. Ach, guck mal hier. Jetzt sehe ich das erstmal. Hier haben wir Pip. Als Statue. Und hier haben wir Zip. Schon mal gespoilert. Jetzt wisst ihr schon mal so grob, wie sie aussieht. Für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Na dann mal ein Toe. Kleine Ratte, darf ich da mal bitte vorbei? Dankeschön. Und los geht's. Oh, ihr wisst, was man sagt. Mach mir Glück da drauf. Sag man das so? Also ich fühle es, aber wusste nicht, dass man das sagt. So, hier haben wir noch was. Oh, endlich einen neuen Sticker. Nein, so. Warum flattert wieder jemand? Ja. Oh, Wolken. Tschük, tschük. Ich will euch nicht stören, aber ich wollte nur sagen, ihr seid beide mega knuffig, ne? Nur, dass ihr es wisst. Das ist mir wichtig. Also jetzt mal ohne Spaß, wenn ich in dieser Welt jetzt wirklich wäre. Ich werde dazu besuchen, Sefer Heights. Als Pony. Ich würde rumlaufen und alle angaffen und immer sagen, oh, kannst du sehen? Oh, du sehst. Bis sie mich einsperren. So wird es wahrscheinlich dann aussehen. Ey, das Gute ist, die Mission ist abgeschlossen und in fünf Sekunden kräht der Hahn. Ist das genial oder was? Timing vom Feinsten. Vom Feinsten? Da hört ihr ihn. Warten wir aber trotzdem noch die Ladezeit ab. Dann seht ihr, was als nächstes in der nächsten Folge auf uns wartet. Ne? So, okay. Seht ihr nicht? Ein langer Weg wartet auf uns. Meine Lieben. Wir machen an dieser Stelle erstmal einen kleinen, muggeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst ein spannende Däumlein da. Kommentar und Feedback sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Und tschüss, euer Blaufuchs. Tschüss, euer Blaufuchs.